AUUUUF! Wir würden natürlich alles dran setzen, dass wir diesen Pott nochmal mit nach Hause nehmen. Es ist wunderbar, dass letztes Jahr nach längerer Zeit endlich mal wieder gelungen ist und wir haben natürlich alle Augen auch August gerichtet. St. Leon hat das Ganze natürlich sehr eindeutig für sich entschieden hier am Wochenende. Nichtsdestotrotz zweiten Platz nehmen wir sehr, sehr, sehr gerne mit. Heimspieltag in St. Leon ist immer etwas Besonderes und mit einem Doppelsieg dann auf Doppelheimspieltag nach Hause zu fahren und in zwei Wochen nach Frankfurt zu fahren, ist umso bedeutender. Doppelheimspieltag in St. Leon Doppelheimspieltag in St. Leon